Werderhalt und Schutz der Bausubstanz. Durch die professionelle Dachreinigung kann die Lebensdauer ihres Daches erheblich verlangert werden. Der Oberflächenschutz von Dachziegeln verliert bedingt durch Umwelt- und Witterungseinflüsse mit den Jahren seine Wirkung. Es siedeln sich Moose, Flechten, Algen und Pilze an. Diese stellen nicht nur ein kosmetisches Problem dar. Langfristig können erhebliche Schäden an der Bausubstanz entstehen. Üppiger organischer Befall kann ungewollte Wasserspeicher und Feuchtigkeitsbrücken verursachen. Durch die professionelle Dachreinigung kann die Lebensdauer von Dächern erheblich verlängert und der Werterhalt ihrer Immobilie gesichert werden. Sie haben Interesse an einem individuellen Leistungspaket? Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Angebot zu unseren Gebäudedienstleistungen an. Die Siebe Gebäudereinigung OHG. Qualität setzt sich durch seit 2011. Ihr Gebäudedienstleister im Ruhrgebiet, Münsterland und am Niederrhein.